Jo Freunde, willkommen zu diesem Video. Ich habe ein XP-Map für euch am Start, wie ihr einfach schnell XP bekommen könnt und natürlich auch Battle Pass schnell leveln könnt. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Und zwar müsst ihr da auf den Insel-Code folgenden eingeben. Das Ganze ist die 9530, dann 8604 und 8570. So, das ist der Code. Das Ganze ist ja eine 1-2-1-Bildfight-Map. Ihr seht auf der linken Seite steht XP. Perfekt. Und wir springen direkt rein. Wichtig, macht das Ganze im privaten Match. Einfach aus dem Grund, damit ihr halt im öffentlichen Match nicht von Gegnern gekillt werden könnt. Falls euch das Video gefällt und vor allem auch hilft, gerne ein Abo da lassen und auch super, super gerne Creator-Code von mir. Iplaytobi im Itemshop eintragen. Würde mich extremst freuen. Ja, supportet mich und kuss geht auf jeden Fall raus an alle von euch, die den eingetragen haben. Wir starten direkt rein mit dieser Map. Es gibt wieder mehrere Möglichkeiten, dort XP zu bekommen. Ich zeige euch mal alle wichtigen, die ihr braucht. Und ja, wir starten direkt. Einmal auf Start drücken. Menü. Spiel starten. Denn die 90 Sekunden können wir uns sparen. Und dann müssen wir eh noch mal ein paar Sekunden warten, bis das Ganze losgeht. So, wir starten hier im Raum. Und ihr seht hier linke Seite. Ihr bekommt übrigens auch extra XP nochmal hier für zum Beispiel 10 Minuten spielen, 15 Minuten spielen und so weiter. Das nochmal kurz als Info vorab. Dann laufen wir einfach in die Arena rein. Einmal hier durch. So, und ihr seht hier in der Mitte ist das 1 vs. 1. An den äußeren Kanten habt ihr jeweils hier so Tannenbäume und so ein paar Schneemänner habt ihr auch. Was wir als allererstes machen, holen wir uns erstmal Waffen. So, Waffen-Arena hier ist die Seite. Wir holen uns ein Grappler, dann Scharfschützengewehr und Sturmgewehr. Das sind drei Sachen, die brauchen wir. Wieso, zeige ich euch gleich. So, dann was wir machen ist folgendes. Wir gehen auf die andere Seite und zwar hier zu diesem Bereich, wo die vier Items liegen. Das Ganze ist auf der Minimap einfach zur linken Seite hin. Und wir gehen zu der Pumpgun. So, wir stellen uns hier vor. So ein bisschen vorstellen, also nicht hier so rein, sondern so ein bisschen hier vorstellen. Und dann gucken wir einfach ganz gerade hoch. So, ihr seht diesen Streifen so ein bisschen da auf dem Boden. Einfach so gerade hoch gucken, einigermaßen langsam. Und dann seht ihr hier oben Secret XP. Taucht hier in diesem Bereich einfach auf. Wir drücken drauf. Ich bin gespannt, was wir kriegen. 700, 1500, 2300 und 3100, 4000, 4700, 5500, 6400. Das geht auf jeden Fall schon mal klar für diesen Button. Hat nicht viel Zeit gebraucht und nehme ich auf jeden Fall einmal mit. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Es gibt nämlich noch einige zu entdecken hier auf der Map, die ich euch zeigen möchte. Und zwar wäre der nächste bei den Schneemännern. Wichtig, dort sind Schneemänner und dort sind Schneemänner. Wir wollen zu denen gehen, die auf der Minimap nach oben ist. Also einfach Minimap. Ihr seht es oben, das Ganze hier in diesem Bereich hier links davon. Was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt links davon oder rechts davon, ist egal. Wir bauen einfach mal zwei Böden. Drehen uns um und gucken. Und dann seht ihr so ein kleines Poster an der Ecke. Also hinter den Schneemännern. Dort schießen wir einmal drauf. Kommen zurück. Und bekommen weitere XP. 400, 800, dann 1200. Okay, diesmal nicht so viel. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein kurzer Schuss auf das Poster. Geht ruckzuck. 3000 XP. Okay. Doch knapp 4000. 4500 insgesamt. Kommt doch noch einiges dazu. Hätte ich nicht gedacht. Hat ein bisschen langsamer gezählt. Geht auf jeden Fall aber auch klar. So, was wir dann machen. Wir gehen wieder zu den Schneemännern. So, und dann gehen wir einfach hier auf einen von den Kleinen drauf. Einmal auf den Mütze draufhüpfen. Und dann auf den Großen, der hier diesen komischen Gummihandschuh anhat. Einmal drauf auf den Hut. Dann drehen wir uns in diesen schwarzen Bereich hier rein. Und hüpfen einmal. Dann sind wir in einem geheimen Raumschiff hier gelandet. Dann laufen wir einfach hier die Treppe nach links oben. Einmal hier rum. Und hier sehen wir eben wieder was grünes. Satellitenschüssel oder sowas. Und so ein paar grüne Kabel. Dann gehen wir in die Ecke. Und hier kommt der nächste XP-Button. Secret XP. Wir drücken wieder drauf. So, einmal draufdrücken. Und dafür gibt es diesmal 1700, 3400, 5200, 6900, 7000, 8000, 10500, 12000. Okay, der war nicht schlecht. 12500 XP nochmal oben drauf. Perfekt. Wir gehen nochmal runter. Würde ich sagen, gehen wir nochmal in diesen Bereich hier rein. Zu dem Raumschiff. Dort gibt es nämlich noch einen. Einmal wieder auf die Mütze hier drauf. Von dem Kleinen. Dann auf die Mütze von dem Großen. Wieder hier reinspringen. Zack. Und diesmal nicht links hoch, sondern geradeaus durch die Tür. Dann direkt nach links drehen. Und die Treppe erstmal runter bis ganz unten laufen. Ist nicht so viel. Nicht erschrecken. Zack. Einmal bis hier. Weiter treppen geht es nicht. Dann bleiben wir stehen. Guckt nach links in den Schacht rein. Und hier geht es direkt runter. Hier müssen wir rein. So. Und dann einmal drehen. Und dann hier nach links. Und hier seht ihr auch wieder. Secret XP. Wir drücken drauf. Quantenmoment. Kommt zurück. Und. 500. 1.200. 1.700. 2.200. Geht auf jeden Fall auch klar. 3.000. 3.000. 4.000. 4.500. Okay. Geht auf jeden Fall auch klar. Und nochmal ein paar XP obendrauf. 1.000. Nochmal 2.000. Es läuft einfach weiter. Perfekt. 6.000 XP ungefähr bekommen. Für diesen Button. Und ja. Das zu diesem Raumschiff. Und. Ich habe noch ein paar andere. Ich gehe mal kurz rein. Dafür gehen wir einmal zu einem Baum. Und zwar. Wenn wir von da oben kommen. Zu dem. Direkt dort. An dieser Ecke. Dieser Baum direkt. Auf der Minimap ist das unten rechts. So. Laufen wir einmal kurz hin. Und dann hier in der Ecke. Seht ihr Secret Womb. Also. Einfach ein geheimer Raum. Wir drücken drauf. Und dann sind wir einfach hier in Lockys Lighthouse. Also Lockys Leuchtturm. Einfach mal. Äh. Ja. Gestrandet. Und was wir jetzt machen. Wir können. Also wer ein bisschen skillert. Und wer. Ein PC hat. Oder Playstation oder sowas. Kann das gerne machen. Mit dem Grappler hier hoch. Ich zeige euch das kurz. Einfach hier hoch. So. Die meisten wissen wahrscheinlich Bescheid. Einmal hier hoch. Zack. Jetzt bin ich hier oben. Wer zum Beispiel einen Nintendo Switch hat. Oder auf Handy spielt. Da ist das nicht unbedingt so einfach das zu machen. Deswegen. Für die einfach in den Leuchtturm reinlaufen. Treppe. Komplett hochlaufen. Dann kommt ihr irgendwann hier oben raus. Fürs Video. Fand ich. Dauerte das zu lange. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Ähm. Ihr könnt aber auch einfach hier hochlaufen. Wenn ihr da. Eher. Euch seht. Äh. Was wir dann machen. Einfach hier hoch. Zack. Und dann hier in dieses Licht rein. Und ihr seht schon. Da oben leuchtet es. Earn XP. Wir drücken drauf. Und kommen wieder zurück. Diesmal gibt es hier 400. Bin gespannt. 800. 1.200. 1.500. 1.900. 2.000. Okay. Diesmal anscheinend nicht so viel. Es läuft aber noch weiter. 3.000. Nochmal ein paar drauf. Jetzt sind wir bei ca. 4.000. Okay. Wieder so um die 4.500. Geht klar. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. So. Das war der Leuchtturm. Dann habe ich noch was für euch. Und zwar. An der. In dem Bereich. Wo wir halt herkommen. Dort oben. Dann könnt ihr einfach jetzt die Sniper nehmen. So. Und guckt. Halt von da. Auf die linke Seite hier. Oh. Da die linke Seite. Und dort seht ihr den Flamingo. So. Ihr zielt ungefähr so ein bisschen über den Kopf. Dass ihr den Kopf trefft. Schießen. Zack. Ihr seid zurück. Und ihr bekommt direkt nochmal ordentlich XP. Rauf hier. 800. 1.200. 1.600. Und es zählt wieder ein bisschen hoch. Ich denke mal wieder so 4. 4.5 wird es geben. Also ich bin gespannt. 3.000. Jetzt sind wir bei 3.8. 4. Ja. Jetzt sind wir bei 4.5. Knapp 5.000. XP wieder bekommen. Perfekt. Und. Einen habe ich noch für euch. Dafür. Oha. Was habe ich jetzt gemacht? Ähm. Dafür guckt ihr wieder in diesen Bereich. Dort oben. Diesmal müsst ihr aber hochbauen. So. Wir machen das einfach mal direkt von hier. Einfach mal kurz hochbauen. Dauert auch nicht lang. Geht eigentlich relativ flott. So. Dass ihr kurz hier über den Kasten drüber seid. Dann baut ihr einmal hier hoch. So. Und läuft einmal auf den Kasten drauf. Und dann einfach nach hinten raus. Dann seht ihr nämlich unten hier. ist so ein kleiner Boden. So. Da drauf. Und dann in die linke Ecke hier unten rein. Und dort seht ihr dann wieder einen neuen XP-Button. Müsste irgendwo hier sein. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe etwas falsch gemacht. Ich muss noch mal. Lass mich noch mal kurz zurück. Da. Jetzt habe ich nämlich blau geleuchtet. Ich glaube, ich bin zu weit. Äh. Vorhin angefangen. Wir müssen zu dem Flamingo. So. Einmal kurz den Grappler nehmen. Einmal hier hoch. Zack. Einmal durcheditieren. Und dann gehen wir nochmal weiter hier. Bis zum Flamingo. So. Und dann gehen wir mal runter. Jetzt habe ich nämlich blau geleuchtet. Das war gerade nicht. Deswegen macht es auch so. Hier bis zum Flamingo. Und dann hier rüber. Dann einmal hier runter. Und dann müsstet ihr eigentlich jetzt diesen Button sehen. Da ist er doch. Also. Da ist er. In der Ecke. Zack. Einmal drücken. Und. Ich leuchte wieder. Und ich bekomme 1000. 2000. 3300. 4000. Okay. Das hat sich doch noch gelohnt. Also. 5600. 6700. 8000 XP. 9000. 10.000. Nochmal oben drauf. Perfekt. Und es läuft einfach noch ein bisschen weiter. Und ja. Das auch zu den ganzen XP Methoden hier auf der Map. Ähm. Wenn es euch gefallen hat. Und vor allem geholfen. Sehr gerne ein Like da lassen. Sehr gerne ein Abo da lassen. Und ich würde sagen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Und. Ciao.